Hörner! Hörner! Die Welt ist riesengroß. Viel zu groß, als dass es immer so weitergeht wie bisher. Ich glaub, meine Neuzeit kündigt sich an. Auf immer und ewig. Meine Damen und Herren, das Reich hat heute Russland den Kriegerkrieg. In drei, vier Wochen ist alles vorbei. Feuer, Feuer! German Cruiser Emden, Schiffs Area, Indian Ocean. Hands up, come out! In Australia, vier Schornstreifen. Wir haben einen Eid geschworen! Dort drüben liegt ein alter Schoner. Mit dem werden wir uns bis nach Zingtau durchschlagen. Ich hab soeben erfahren, dass die Engländer hier in Colombo deutsche Gefangene festhalten. Könnten die Männer der Emden sein. Karl, Leutnant Overbeard! Wir laufen das neutrale Sumatra an. Wir laufen das neutrale Sumatra an. Tintau ist gefallen. Der Hafen ist in die japanische Hand. Und? Das darf keiner meiner Männer erfahren. Gerne mal. Sie wollen unser Fuß durch die Üste. Ja, er lebt! Er lebt! Ich liebe ihn immer noch. Wenn es nicht hier ist. Schwung! Du bist! Du bist!